Du Freund oder Feind? Ähhhhh... Schwebe im Stuhl? Wieso habe ich das Gefühl? Hier stimmt was nicht. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Observer 93. Wir sind hier in einem geheimen chirurgischen Labor gelandet, vor der Tür. Genau, vor dieser, wartet ein Monster auf uns, möchte uns kennenlernen, ich möchte es aber nicht unbedingt kennenlernen, weil wenn es das gleiche Monster ist, was den Amir getötet hat, dann wäre es nicht so gut, wenn ich ihm willkommen heiße. Ach, da kann ich mir auch noch was anhören, oder? Achso, ne, das habe ich mir schon angehört. Okay, gut. Also, in Ordnung. Okay, er hat gesagt, diese Winde sollte stabil genug sein und da können wir sie betätigen. Wir müssen irgendwie einen Ausgang finden. Datenspeichereinheit. Uh. Kann ich da was machen? Uh. Nein? Kann ich ja nix machen. Sieht aber wichtig aus. Hm? Hilfere ich das Händchen? Es wundert mich, dass das Monster nicht an die Tür donnert. Okay, mach. Okay. Okay, das hatte ich mir ja schon angeschaut. Also, achso, ich habe mir die Daten davon angeschaut. Gut, also mal sehen. Was machen wir? Aha. Okay, und nun? Das können wir alles drücken. Uh. Aha. Was haben wir denn da Schönes? Ah, uh, ich geht. Ich glaube, ich weiß, was das tun soll. Runder critic. Er sweater. Runder zum Gitter. Kannst du nicht... Kannst du noch ein bisschen weiter zu mir? Zu mir? Hm. Ich glaube, was die von mir wollen, ist, dass ich hier das Gitter mit dem Haken hier aufziehen soll. Ah, das mache ich selber. Jawolligen, genau da habe ich mir vorgestellt. So, also. Und. Oh, ich glaube, ich sollte schnell abhauen. Und Schuss, ab ins Loch. Hui. Oh, ein bisschen dunkel, ja. Zum Glück habe ich eine eingebaut. Drücke F zu meinem Gewirn der Nachtsicht. Die habe ich schon. Die habe ich schon. Ein bisschen eng hier drin für nervösende Mann. Haftet, ich kann das Ding nicht hier in Löcher kriechen. Wo komme ich hier überhaupt raus? Vielleicht draußen auf dem Hof. Aber da wartet doch tatsächlich auch das Vieh auf mich, oder? Hallo. Soll ich da lang, oder? Da lang, oder da lang? Do lang, oder do lang? Moment mal, nur eine sieben? Wie ist denn... Ist diese Tür mit der verbunden? Bitte was? Fallprotokoll ist aktualisiert. Ich finde einen Weg aus dem Keller. Der Tüller hat mich unter das Gebäude geführt. Ich muss einen Weg durch das Labyrinth finden und zurück in die oberen Etagen kommen. Vielleicht ist hier jemand, der mir helfen kann. Vielleicht ist ja auch jemand, der dich töten kann. Wenn du mir in die Arme läufst. Ich deine Silhouette? Hallo? 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 Ich hoffe, das sind die Rohre. Ich hoffe, sowas, das sind die Rohre. Hui. Ich glaube, dann gehe ich erst mal hier den Weg lang. Oh, Mann. Also... Was? Also nicht nur in Erinnerung... Also nicht nur in Erinnerung... Dann freue ich mich mit Monstern hier aus... Ähm... Äh... Äh... Ja, beschäftigen Sie uns dann auch in der realen Welt. Du Freund oder Feind? Äh... Schwebender Stuhl? Wieso habe ich das Gefühl... Hier stimmt was nicht. Hallo? Jemand da? Ja... Ich bin hier... Da kann doch was... Oh, lass mich raten... War ich zu lang in der... Lass mich raten... War ich zu lang in der Verbindung war... In der neuralen Vernehmung... Habe ich jetzt Halluzinationen. Lief gegen Chiron. Ist das gut oder schlecht? Hallo? Können Sie mir helfen? Willst du jemanden in da? Ich will nur sprechen. Oh, hallo da. Ich bin Maria. Hallo Maria. Ich bin Dan. Ich bin Polizist. Äh, stellen wir uns... sagen wir höflich, stellen wir uns mal vor. Ich bin der liebe Dan. Und ich möchte rein zu Ihnen. Hallo Maria, ich bin Dan. Schönes Name. Schönes Name. Ist das für Daniel? Wie derjenige in der Bibel? Ja, oh, vielleicht. Ich glaube, es scheint, dass ich hier verloren habe. Könntest du mich an den nächsten Ausflug? Oh, ja, ich verstehe das. Du bist wirklich ein Schmerz hier, nicht wahr? Ja, das ist sehr wunderschön. Also, über den Ausflug? So einfach? So einfach? Wunderschön. 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 Du bist ein Kind der Lichter, Daniel. Es ist viel zu wertvoll, um in der Nacht verloren zu werden. Oh, ja. Danke, äh, Maria. An diesen Geräuschen vorbei. Ernsthaft? Hört sich an wie ein Schwein. Wenn es doch nur ein Schwein wäre. Also, an den Geräuschen vorbei, die Treppe hoch und dann bin ich schon da. Oh, das hört sich ja wirklich einfach an. Ob es das auch ist, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe doch nochmal hier lang, weil... Vielleicht finde ich hier noch irgendwas Interessantes. Hallo? Hallo? Oh. Okay. Diese Schönen sind also echt, aber das mit dem Stuhl, das war definitiv ein Zeichen, dass was mit meiner Psyche nicht in Ordnung ist. Hier irgendetwas? Vielleicht ein bisschen Medizin. Ich bräuchte nämlich was zum Auffrischen. Da vielleicht was? Nein? Okay, okay, also... Uh, war ich da gewesen? Oh, hier kann ich auch mit Leuten reden, ne? Hallo? Hallo? KP Lee, du musst dir ein paar Fragen stellen. Hey, Pig. Hast du noch jemanden gebetet? Äh... Oh, nein? Noch nicht. Ich würde mal sagen, manchmal kommt der richtige Fall zur richtigen Situation, deshalb noch nicht. Hehe. Nein, aber ich bin beobachtet. Das ist der Geist. Ja! Anscheinend haben wir ihn schon jetzt für uns gewonnen. Sie etwa? Verdächtige Aktivität? Hast du nichts zufrieden gesehen? Was ist er abgesehen von mir? Just du, Mann. Sag, du wirst du wie ein regularer Kump. Das Ding auf dir... Auf meiner Hand. Jep. Yeah. Yeah. Wir reden vom Gleichen, oder? Ich bin entschuldige, was ich vorhin gesagt habe. Ich meine nichts über das, okay? Oh, jo. Natürlich. Natürlich. Jetzt hat er Angst. Hehe. Jetzt hat er Angst. Weil er weiß, wer ich bin. Beobachter. Immer da drin? Hallo? Ne? Okay. Äh. Na gut, damit diese Geräusche nicht näher kommen, habe ich das Gefühl, sie werden mir nichts tun, aber dennoch werde ich mich so weit bemühtig von ihnen fernhalten. Hm, 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 hm. Huh, ha, huh, ha. Okay, das ist nur mein Schatten, was ich hier sehe. Keine Sorge. Keine Panik auf der Titanic. Oh, lang. Okay, okay, jetzt habe ich mich wieder daran erinnert. An den Geräuschen vorbei, die Treppe hoch, dann sind sie da. Wunderbar. Na, das ist nicht gut. Fatoprotokoll, können wir mich angreifen, wenn ich mir das durchlese? Ich finde einen Weg aus dem Keller. Der Tunnel hat mich unter das Gebäude geführt. Bitte was? Nein, das hier. Bitte was? Ernsthaft? Irgendetwas verursacht ganz schön viel Lärm unten im Keller. Wenn ich den Geräuschen folge, könnte ich auf deren Quelle stoßen. Mein lieber, lieber Freund, mein lieber Dan, lass mich dir einen Rat geben. Solche Geräuschen will man nicht auf die Quelle gehen. Remove your implant. Ja, natürlich. Lasst euch nicht überwachen. Schappelot nochmal. Das geht doch hier auf gar keine Kuhhaut. Kann ich hier noch mit ein paar Leuten reden? Anscheinend nicht. Nanofake was planned. Ja genau, Nanofake, so heißen diese Teile. Muss ich da lang oder da lang? Ist das optional oder muss ich den Geräuschen nachgehen? Da wird die Treppe. Ach, okay. Neugier ist der Katze tot. Auch vom Drovo, wenn es so weiter geht. Aber ich möchte irgendwie dennoch wissen, was das ist. Hallo? Oh. Uhu. Jetzt hat's aufgehört. Uhu. 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 Ich hab irgendeinen Schatten gesehen. Na gut. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich werde... Ich sterbe und werde wieder gespawnt. Also. Schubwoh. Jetzt sein. Weiße. Jetzt sei mal nicht so... Nicht so kleinlich. Sei mal nicht so ein Baby. Ich habe das Gefühl, das ist optional. Ob ich das sage, ich auf den Grund gehe oder nicht? Aber ich bin super verleugierig. Es wird mich umbringen. Es wird mich umbringen. Es wird mich umbringen. Hallo? Ah. Ich muss ja so rein. Ich brauche einen Code. Hm. Mal sehen. Verbindung hergestellt. Wir haben... Keine Ziffer. Keine Ziffer. Keine Ziffer. Keine Ziffer. Keine Ziffer. Keine Ziffer. Okay. Also etwas mit der Ziffer... Mit der Endziffer eins. Okay. Falsche Taste. Fallprotokoll aktualisiert. Ähm... Findet den Besitzer von Kellerabteil 28? Das laute Kellerabteil ist verschlossen. Ohne einen Code habe ich keine Chance hinein zu gelangen. Vielleicht sollte ich herausfinden, wer der Besitzer ist. Und wie mache ich das? Muss ich den Hausmeister fragen? Den lieben, lieben Herrn Hausmeister? Das heißt, was immer diese Geräusche macht. Das kann ich da raus. Das kann mir nicht wehtun, oder? Mal sehen. 29. Hey! Wer spricht da? Hilfe, bitte! Hä? Wer spricht da? Hier? Wo kommt die Stimme her? Da? Hallo? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Oh, danke Gott. Bitte. Ich bin hier drin. Okay, Herr. Kannst du mir genau erzählen, was passiert? Ich wach und wach. Einen Schlauch? Ein Schlauch? Schau dir nach dem Raum und erzähl mir, was du siehst. Ich kann nichts sehen. Es ist etwas auf meinem Kopf. Oh Gott, hilf mir! Erinnern Sie sich daran, was passiert ist? Das Ding auf Ihrem Kopf. Fragen wir ihn mal an vergangene Sachen. Okay, wir versuchen etwas anderes. Was ist das letzte Ding, das du erinnerst? Ich war auf einer Mission. Im Fragnant Quadrant. Äh... Was? Im Fragnant Quadrant. Und der Kapitän des Endeavores. Ein Repräsentator der Unions-Earth-Initiative. Oh, jetzt weiß ich Bescheid. Ich war auf der Brücke, als alles schlau ging. Mhm. Aha. Ah, ich verstehe. Was war das, was du... ... an der Brücke gemacht hast? Ich war mit meinem ersten Freund. Wir waren die Meath-Holp-Galaxie, um eine färre Plasma-Streme zu entfernen. Die nächste Sache, was ich weiß, ist, dass ich in diesem Schlauch wachse, in diesem Schlauch, in diesem Schlauch. Ich will wissen, was da passiert ist! Die Fleischhaken-Galaxie? Ist er noch ganz? Huhu! Oder... Das Ding auf dem Kopf. Ja, ja, Kapitän. Lass uns das... Das Ding auf deiner Kopf. Kannst du es wegnehmen? Ich... Ich bin nicht sicher. Ich... Ich kann gar nicht meine Hände hochziehen. Gott sei Dank! Was haben sie mit mir getan? Herr, hör auf mich. Ich möchte, dass du deine Elbungen auf dem Schlauch geraten. Lass dich die Hände hoch und zurückdrehen. Ah. Danke. Ich hab's alles. Es ist... Es ist eine Art Helmette. Es gibt Kabel überall. Es ist ein Logo. Es ist eine Art face mit Wings? Die Morpheus-VR-Serie. Die? Ähh... Habe ich mir auch schon gedacht, Captain von Fleischhackengalaxie und dann ist er auf einmal in dieser Wohnung. Es war nur alles eine Simulation, eine Virtual Reality. Es hat sich alles nur neben dem Kopf abgespielt. Ruhig bleiben, Captain. Hm, er ist ja immer noch drin. Also anscheinend gab es irgendwie einen, irgendeinen Fehler und deshalb denkt er wirklich, dass das, was er gesehen hat, real ist. Ich glaube, es wäre besser, ihn erstmal zu beruhigen. Alles klar, Captain, Sir. Ich werde die Initiative von deinem kleinen Snafu notifieren. Danke. Ich weiß nicht, wer du bist, aber die UEI wird es nicht vergessen. Oh, Schmuck. Die Realität ist mit dir. Was war das? Ich sagte, ich bin sicher, dass deine Crew mit dir mit dir. Und so sagen, die Leute wirklich dann auf den richtigen Trip holen, aber... Ich wollte ihm jetzt wirklich nicht noch mehr Angst machen, als er sowieso schon hat. Aber ich meine, ich habe sowieso schon Angst. Da brauche ich dir nicht noch weitergeben. Okay, wo finde ich die... Achso, das war Wohnung 28. Hm. Irgendwo... Wo kommt die Musik her? Hallo? Oh, was für Beats? Ach, ein Radio. Wann flackert da das Licht? Das ist nicht gut. Wieso habe ich mich bitte hierher begeben? Warum? Oh, warum nur? Wer was? Hm? Anscheinend tuten meine Gerätschaften das Radio stören. Hallo? Exit? Na, das wäre ja zu schön. Kann ich hier was checken? Marien. Ein Gesicht mit Flügen. Also, er hat ja gesagt, ein Morpheus VR-Gerät. 4, 0, 0. Letzte Ziffer. Vielleicht 1? Im Grunde haben wir ja nicht so viele Möglichkeiten. 4, 0, 0, 4. Hm. Hallo? Was? Habe ich was falsch gemacht? Oh, oh. Ich glaube, das war wirklich optional. Und ich hätte auch einfach die Treppe hochgehen können. Hätte das alles hier in Ruhe lassen können. Aber nein. Ich muss das ja tun. Das wäre jetzt die Sache. War das jetzt ein alternativer Weg? Hm? Hätte ich etwas anderes erreicht, wenn ich jetzt die Treppe wirklich hochgegangen wäre? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, wenn ich hier fertig bin, dann muss ich das mal nachschauen. Wäre aber cool. So sagen, ist man neugierig oder ist man es nicht? Hallo? Wie viele Treppen hier hochgehen? Oder auch runter? Naja, hier nicht. Hey, der Witzker. Wirklich wie ein Labyrinth. Und man weiß nicht, wo der richtige Weg ist und was der falsche Weg ist. Oder ob es überhaupt ein richtig und falsch gibt. Und es gibt einfach nur überall einen Weg ins Chaos und ins Verderbnis. Ich glaube, ich entscheide mich mal erstmal für den Weg. Hallo? Ja, der Typ ist zu. Hallo? Ja, der Typ ist zu? Ja? Ja? Hey, du! Komm hier! Okay, ich bin da. Was ist? KPD. Statt dein Geschäft. Du wirst sein. Scheiße. Ja. Und Nona. Was denkst du? Was geht hier vor sich? Warum, du? Natürlich. Es ist immer über dich, nicht wahr? Warum sagen sie das? Komm, sie bin nicht glöd. Deshalb bin ich nicht hier. Zwingen mich nicht, die verzauberte Membrane zu lösen. Was soll denn das heißen? Ich rieche wie Narzissen auf einer Leiche? Hässliche Feen lassen keine Träume wahr werden. Die Etage liegt einem Drachen über dir. Ist das ein Code-Wort? Soll ich das richtige Code-Wort erahnen, oder was? Zwingen mich nicht, die verzauberte Membrane zu holen. Ich rieche wie Narzissen auf einer Leiche. Wie wär's denn damit? Was ist das, liebe? Ich bin ein Cobb. Ja. Ich habe das Recht, zu bleiben silent. Alles, was ich sage, kann und wird gegen mich in der Stimmung. Ich habe das Recht, zu einem Atem. Ich verstehe meine Recht? Ja. Lass uns das ein Teil geben, okay? Was läuft hier gerade ab? Was läuft hier gerade ab? Was ist das? Ist das eine Interrogation? Ist das so hart zu erinnern? Talking to the wrong guy. Are you sure? Take a hike. Will not. Will too? Will not. Game over. I got your number. I'll be back. Our paths will not cross again, Dan. Try not to think about her. It won't bring you peace. This intercom is offline. Please contact the building manager. Was zur Hölle? Ist dir gerade vorgefallen? Was war das bitte? Was waren das für Optionen, die ich sagen konnte? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was zur Hölle? Jetzt bin ich hier. Ich habe die verschlossene Tür. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das war die verschlossene Tür. Ich glaube ich habe... Na gut, ich kann eigentlich nur herausfinden. Okay, meine Sicht wird wieder schlecht. Ich glaube ich habe nur eine Möglichkeit... Ich hoffe ich komme da noch mal runter. Ich denke ich werde da noch mal runter kommen. Und dann werde ich diesen anderen Abschnitt untersuchen. Okay. So, Hausmeister. Geht's dir gut? Du bist nicht da. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber ich habe wirklich das Gefühl, unser Kopf spielt uns jetzt selber hier irgendwelche Illusionen vor. Die gar nicht da sind. Und ja, das liegt einfach daran, weil wir uns einfach unsere Psyche zu viel hier zumuten. Und deshalb... Und deshalb auch die FPS ein bisschen hier... Nicht wollen, was ich will. Und ich muss wissen, wer der Tätowierer ist. Ich muss... Wem das Tattoo-Studio gehört. Ich muss wissen, wer ist da in Wohnung 28. Ich muss die in Wohnung 112 und 209 untersuchen. Also es ist noch viel zu tun in diesem Fall. Und ich weiß nicht, ob ich das alles durchstellen werde. Also physisch. Ne, nicht physisch. Psychisch. Okay. Also dann, meine Damen und Herren. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Observer gefallen hat. Also... Ich finde... Manches ist wirklich faszinierend. Manches ist wirklich nur abstrus. Ist nur... So eine gewisse Mischung. Die Mischung macht das aus. Dann lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann. Ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye. Und da ist die Mischung. Durch die Mischung. Und da ist es wichtig. Und da ist die Mischung.